Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin, ich habe eine Frage zu einem Gerichtsverfahren, was in den letzten Tagen stattgefunden hat, und zwar ist die Ärztin Christina Händel jetzt erstmalig rechtskräftig verurteilt worden nach dem Paragraf 219a vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Sie muss jetzt die Informationen über Schwangerschaftsabbrüche für ihre Patientin, die sie auf der Webseite stehen hatte, runternehmen. Jeder Mensch, Sie, ich, jeder hier im Saal dürfte auf unseren Homepages diese Informationen zur Verfügung stellen, aber nicht die Ärztin, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Sind Sie der Meinung, weil die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, nachdem Sie ja die Reform des 219a auf den Weg gebracht haben, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung immer noch nicht eine vollständige Liste von Ärztinnen und Informationen abbildet, sind Sie der Meinung, dass dieses reformierte Strafgesetz 219a trägt, in der Form, wie Sie es zugesagt hatten? Ich will noch mal darauf hinweisen, das wissen Sie auch, Frau Schaus, dass dieser Paragraf 219a ein politischer Kompromiss war, der zwischen zwei völlig unterschiedlichen Positionen hier einen Versuch der Vermittlung unternommen hat. Das heißt, wir haben uns geeinigt mit unserem Koalitionspartner auf einen Weg, der zu einer Verbesserung der Lage führen sollte, dass das nicht der Ursprungswunsch auch des Frauenministeriums ist. Das ist Ihnen bekannt. Man muss sich aus meiner Sicht anschauen, wie jetzt dieses Gesetz gewirkt hat. Man muss auch kritisch mit dieser entsprechenden Liste umgehen und dann auch zu Nachschärfungen kommen. Ich glaube, aus meiner Sicht, und das ist aber ein Thema dann auch für nächste Legislaturen, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und ich halte aus Sicht der Frauenministerin hier auch eine Verbesserung der rechtlichen Situation für wünschenswert. Ich muss aber auch sagen, wir haben in der Koalition hier eine gemeinsame Linie verabredet, die wir auch umgesetzt haben. Und man muss tatsächlich sich in der Umsetzung des Gesetzes anschauen, wo hier noch Nachbesserungsbedarf auch ist. Sie haben noch eine Nachfrage. Konkrete Nachfrage noch mal. Sie haben das jetzt gerade gesagt, dass es ein Kompromiss war. Das mag sein. Aber es gab eben damals auch die klare Aussage von Ihnen in der Koalition, dass alle Informationen für Frauen zugänglich gemacht werden und dass eine Liste von Ärztinnen zugänglich gemacht werden sollte. Das ist aber bis heute nicht geschehen. Und das ist jetzt im vorletzten Jahr gewesen, die Verabschiedung dieses Gesetzes. Wir erinnern uns alle daran. Das heißt, meine Frage ist, was werden Sie konkret in den nächsten Wochen und Monaten bis zum Ende der Wahlperiode tun, damit diese Informationen vollständig zugänglich werden? Wir haben ja die Rahmenbedingungen verabredet mit dem Bundesgesundheitsminister dafür, auch mit der Bundesärztekammer und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung für diese Liste der Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, die dann auch Informationen teilen. Man sieht in der Umsetzung, dass bei weitem nicht alle Ärztinnen und Ärzte bereit sind, sich auf dieser Liste verzeichnen zu lassen, weil sie Sorgen haben vor eventuellen Angriffen, wenn ihre Adressen öffentlich sind. Das ist das gleiche Problem, was Ärzte haben, wenn sie auf ihrer Homepage veröffentlichen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Jeder, der das veröffentlicht, muss auch Sorge vor Anfeindungen haben. Das ist eine Realität, auch eine traurige Realität. Und trotzdem, und das ist ja gerade mein Punkt hier an dieser Stelle, wir haben auch Gespräche schon geführt mit dem Gesundheitsministerium, muss man sich diese Liste kritisch ansehen und auch noch mal darüber sprechen. Wir haben eine Zusage, dass dort nachgearbeitet werden soll. Das liegt ja an der Verantwortung des Gesundheitsministeriums. Und trotzdem werden wir in dieser Lage die Situation haben, dass Ärzte und Ärzte sagen, das wollen wir, das will ich als Arzt eben persönlich nicht. Und damit müssen wir umgehen. Und an der Stelle gibt es dann vielleicht doch noch mal auch rechtlichen Regelungsbedarf.